Ich habe des öfteren gesehen, dass viele Leute EDC auf eine Tasche reduzieren und die in einen Rucksack reinwerfen. Irgendwie finde ich das uncool. Ich wäre immer Teil der Fraktion. An jeden Rucksack, den ich habe, gehört eine so eine Tasche dran, wo alle meine EDC Sachen drin sind, damit ich die nicht immer umschlaufen muss, weil wenn man Molle richtig schlauft, dann ist das verdammt aufwendig finde ich und das ist Zeit, die ich nicht wiederkriege. Dementsprechend einmal ran und erst wieder abnehmen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Heißt, wenn ich jetzt quasi nur eine Tasche habe, in dem Fall jetzt die hier, und die dann immer wieder an die Rucksäcke heranschlaufen nach Bedarf, da habe ich keinen Bock drauf. Dementsprechend hatte ich eigentlich ursprünglich den Gedanken an jeden Rucksack eine Tasche oder einen Pouch heranzupacken, wo mein EDC Kram drin ist und dementsprechend auch mehrfach EDC Ausrüstung zu haben. Dass das finanziell gut aufs Portemonnaie schlägt und sinnfrei ist, mehrfach den gleichen Gegenstand zu kaufen, muss ich glaube ich nicht sagen. Ich war nur so irgendwie festgefahren in diesem Gedanken. Zum Glück bin ich damit nicht weit gekommen, weil sonst wäre ich jetzt finanziell glaube ich noch mal ein ganzes Stück schlechter dran. Irgendwann habe ich dann auch für mich realisiert, dass man auch einfach nur eine Tasche kaufen kann, die gut ausrüstet und die dann in den Rucksack wirft. Entspricht jetzt nicht so meiner Idealvorstellung von einem EDC Rucksack, dass man die Tasche innen drin hat. Andererseits will man ja auch kompromissbereit sein und sich das Ganze mal anschauen und ausprobieren. Dementsprechend bin ich jetzt den Weg gegangen und habe mir den EDC Pouch von Thesmanian Tiger bestellt. Vorneweg möchte ich noch kurz sagen, ich habe die Tasche erst seit ein paar Tagen. Das ist also mehr ein Ersteindruck statt ein Langzeitbericht. Zudem werde ich in diesem Video auch nicht auf den Inhalt eingehen, da ich mir das Ganze erst in Ruhe einrichten möchte. Sobald das getan ist, folgt ein separates Video zum Inhalt der Tasche. Arbeiten wir jetzt erstmal die allgemeinen Daten ab. Die Tasche ist 20,5 cm breit, 16,5 cm hoch und von Haus aus ca. 4 cm dick. Allerdings wie ihr seht, das sieht ein bisschen mehr nach 4 cm aus. Die Tasche kann man also gut ausweiten. Die Tasche wiegt Lea 250 Gramm, besteht aus 700er Cordura und alle Sippe an der Tasche sind YKK-Sippe. Die Tasche kriegt man in vielen verschiedenen Farben, unter anderem Coyote Brown, Schwarz Multicam, Multicam Black und Oliv wie in meinem Fall. Fangen wir mal auf der Vorderseite an. Da haben wir als allererstes auf der Flappe eine Klettfläche. Die ist 15 cm breit und 5 cm hoch. Darunter haben wir einen eingesteckten Tiger, was mir sehr gut gefällt und ein Einschubfach per Reißverschluss, das die gesamte Flappe ausfüllt. Darunter haben wir einerseits hier oben einen durchsichtigen Einschub für Personalausweis, Dokumente oder ähnliches und drei Einschubtaschen. Die sind ungefähr gleich groß. Für den Vergleich mal ein Leatherman Rebar. Das verschwindet in dieser Tasche perfekt. Darunter haben wir noch zwei elastische Spanngurte, die auch im geschlossenen Zustand der Flappe erreichbar sind. Kommen wir jetzt mal zur Rückseite und das allererste, was mir aufgefallen ist, das ist ein anderes Molle System. Beziehungsweise hier fehlt der Druckknopf. Und das hat mich erst ein bisschen irritiert, weil ich kannte das vorher gar nicht. Ich kannte vorher nur das Molle System mit den Druckknöpfen. Daran hatte ich mich eigentlich sehr gewöhnt. Dieses System kann man deutlich besser schlafen, wie ich finde, da sich die Druckknöpfe nicht mehr in den Molle Schlaufen verheddern. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen die Sicherheit. Also das System hält stramm. Es ist trotzdem noch gut Druck drauf, dass die Tasche nicht runterrutscht oder sich aus Versehen löst. Aber diese Druckknöpfe haben mir persönlich immer ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Keine Ahnung, warum. Dann haben wir noch vier D-Ringe. Jeweils zwei unter den Molle Schlaufen und dann noch mal zwei in den Ecken. Meines Wissens nach kann man daran Schlaufen befestigen und diese Tasche wie ein Chestrick verwenden. Also sich so ein bisschen vor die Brust spannen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Damit wäre zum Äußeren eigentlich schon fast alles gesagt. Also machen wir die Tasche mal auf und gucken uns das Innere an. Geöffnet wird das Ganze über einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Und das Erste, was wir sehen, die Tasche lässt sich komplett aufklappen. Und das finde ich sowohl gut als auch schlecht, aber dazu später mehr. Auf der Vorderseite hat man drei ungefähr gleich große elastische Schlaufen, auf der noch mal sieben elastische Schlaufen in unterschiedlichen Größen aufgenäht sind. Dahinter hat man noch ein Fach, das über die komplette Tiefe und Breite der Tasche geht. Und das war es erstmal zu der Seite. Im Zwischenbereich hat man noch mal zwei elastische Schlaufen, um irgendwas Längliches zu befestigen. Und auf der Rückseite hat man Molle, Klett, um noch mal eigene Organizer zu befestigen oder um eine freie Fläche zu nutzen. Wer gut aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich diese Ösen hier nicht angesprochen habe. Und das hat einen bestimmten Grund. Natürlich kann man daran auch prima einen Karabiner befestigen oder ähnliches ohne Frage. Ich habe aber auch gesehen, dass Leute sich diese Tasche mit Paracord über diese Ösen in einen bestimmten Öffnungswinkel gespannt haben. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Auf der einen Seite gefällt mir das natürlich, dass man die Tasche ganz aufmachen kann. Wenn sie aber irgendwo fest montiert ist und man die Tasche dann aufmacht und wenn da Gewicht drin ist, dann kann es sein, weil die Zipper sind sehr leichtgängig, dass die Tasche sich dann quasi von alleine öffnet und dann den ganzen Inhalt über dem Boden verteilt. Und dadurch finde ich das mit dem Paracord eine extrem gute Lösung, dass ich dann wahrscheinlich auch selber umsetzen möchte. Kommen wir mal nun zum Fazit. Als ich die Tasche ausgepackt habe, war ich komplett überrascht und dachte mir, was ist das für ein Klopper? Die ist größer als erwartet und jeder, der jetzt sich mal irgendwie nachgemessen hat, wie groß diese Tasche ist, der wird sagen, was hast du denn erwartet? Habe ich nicht gemacht und dementsprechend war ich überrascht. Nichtsdestotrotz ist das ja auch von Vorteil, denn in diesen Pouch passt gefühlt alles rein, was man im Alltag brauchen könnte und vermutlich noch mehr. Wer also gern viel mit sich rumträgt, wird mit diesem Pouch seine Freude haben. Die Frage, die sich mir nur stellt, wohin damit? Alle, die sich die Frage mit aus einem Rucksack beantworten, die haben natürlich jetzt nicht mein Problem. Wie eingangs erwähnt, wollte ich ja das System so ein bisschen ändern, beziehungsweise mal ausprobieren, wie es ist, mit einer Tasche in mehreren Rucksäcken klar zu kommen. Da bin ich auf ein Problem gestoßen, denn ich habe ja den Essential Back L im Alltag benutzt und der ist mit seinen 15 Liter recht schnell voll. Also auch ohne Pouch, aber mit dem Pouch erst recht. Dementsprechend muss ich wohl nach einem neuen EDC Rucksack suchen. Ich schätze mal, ich muss da so auf 25 bis 30 Liter gehen, um dann trotzdem noch den Platz zu haben, den ich brauche und diese Tasche im Rucksack zu haben. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Rucksack ihr aktuell für das EDC verwendet und ob ihr mir einen empfehlen könnt, denn die Auswahl ist ja schon ziemlich erschlagend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch gerne ein Abo da und eine Bewertung und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!